Wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen in dieser Folge, eine wahnsinnig wichtige Folge. Es geht darum, wie man die Brust selbst abtasten kann als Frau. Dass das enorm wichtig ist, ist glaube ich außer Frage, da habe ich auf meinen sozialen Kanälen genug zu erzählt. Nichtsdestotrotz wissen viele nicht, wie funktioniert das eigentlich, worauf muss ich achten und das ist etwas, was ich dir heute erklären möchte. Mir fällt es natürlich äußerst schwer, das zu zeigen, denn ich habe selbst keine Brüste. Auch wenn ich in meiner Praxis natürlich tagtäglich damit zu tun habe und tagtäglich sehr viele Brüste untersuche, fällt es mir schwer, das euch zeigen zu können. Deswegen habe ich keine Kosten und Mühen gescheut und habe mir einfach Brüste besorgt. Das sind meine Brüste. Ich werde mich auch nicht scheuen und habe auch keine Scham, jetzt hier irgendwie Silikonbrüste mir als Mann anzulegen. Denn mir ist eure Gesundheit und euer Wohl einfach wahnsinnig viel wert und deswegen lege ich jetzt gleich mal meine Brüste an. Doch bevor wir dazu kommen, ist erstmal das Timing gefragt. Wann untersuche ich überhaupt meine Brüste am besten und wie oft muss ich das täglich machen oder mehrfach am Tag? Was ist da eigentlich so ein richtiges Maß? Und das richtige Maß ist tatsächlich einmal im Monat. Und das wenige Tage, so fünf bis sieben Tage am besten nach der Periode. Denn hier ist die Brust dann am weichesten. Kurz vor der Periode, das kennen viele Frauen, ist die Brust sehr prall, tut meistens auch weh. Es tasten sich auch viele Knötchen, da macht das Prozedere erstmal keinen Spaß und man wird verunsichert durch diese Gewebeknötchen, die hormonell bedingt sind. Also Periode abwarten, dann ein paar Tage ins Land streichen lassen und dann eben abtasten. Einmal pro Monat reicht völlig aus. Frauen, die in den Wechseljahren sind, wird empfohlen, das auch weiter monatlich zu machen. Da hat man natürlich keine Periode und denkt deswegen nicht dran. Übrigens auch Frauen, die ihre Periode haben, denken da ein paar Tage später vielleicht nicht dran. Deswegen ganz einfacher Tipp von mir, macht euch in euer Smartphone einen Kalendereintrag, der monatlich wiederholt wird. Am besten zu einer Zeit, wo ihr dann auch wirklich Zeit dafür findet. Jetzt nicht mitten am Arbeitstag, sondern vielleicht am Morgen oder am Abend, wo es euch gut passt. Und schwupp ist das Ganze im Kalender verankert und ihr werdet immer wieder daran erinnert. Am besten ihr versucht euch auch von der Atmosphäre ein bisschen zurückzuziehen. Wenn jetzt da drei Kinder rumdengeln und euch dabei stören, macht das Ganze natürlich nicht viel Sinn. Denn ihr braucht ein gutes System, ihr braucht eine Standardisierung, komme ich gleich noch zu, damit ihr nichts vergesst an eurer Brust. Deswegen nehmt euch da euren Ruheraum. Das ist ja meistens das Bad unter der Dusche zum Beispiel oder das abendliche Bett, kurz bevor man schlafen geht. Dort kann man nämlich auch sehr, sehr gut tasten und das auch in Ruhe. Das ist so der erste Tipp. So, jetzt geht es nämlich um die Sache. Deswegen ziehe ich jetzt meine kleinen Freunde hier einmal an. So, also, das sieht ein bisschen skurril aus, aber es dient ja einem guten Zweck. Übrigens ist das für Männer ja unglaublich ungewohnt, auf einmal hier vorne etwas hängen zu haben. Man merkt das jetzt schon, dass das wirklich nach vorne zieht und das sind ja, sage ich mal, kein Doppel-D-Körbchen. Nichtsdestotrotz, ich habe hier Büstenhalter, ich könnte das hinten noch zusammenklicken, also Respekt an den Rücken der Frau. Das ist schon eine Gelast, die da zu tragen ist. Nun ist es wichtig, wenn ihr loslegen wollt, das erste, was ihr eigentlich macht, ist, das mache ich jetzt quasi nicht richtig, sich vor den Spiegel stellen. Einmal mit herabhängender Brust einfach angucken, ist es alles symmetrisch, kenne ich es so oder hat sich in letzter Zeit irgendwas geändert? Wie ist das Hautbild? Gibt es hier diese Orangenhaut, die man ja immer wieder hört und sieht, also diese kleinen Einziehungen wie auf einer Orangenschale? Oder ist das alles glatt? Gibt es Asymmetrien? Gibt es Einziehungen? Und das Ganze wiederholt man dann nochmal, indem man seine Arme in die Hüften stemmt und sich dann auch nochmal anguckt. Das Ganze dauert vielleicht 15 Sekunden. Danach nimmt man seine Arme nach oben und bei diesem Akt nach oben ziehen, achtet man darauf, ob es irgendwo Einziehungen gibt. Denn ein Knoten, der sich im Gewebe festsetzt, der zieht quasi an der Haut, wenn da Bewegung reinkommt. Und wenn ihr die Arme nach oben nehmt und dann wieder nach unten führt und ihr seht irgendwo diese Einziehungen oder sogar auch, dass die Brustwarte sich ein bisschen zurückzieht, dann müsst ihr da nochmal ganz genau hingucken. Wenn alles gut ist, sich von der Hautkontur nichts verändert, keine Einziehungen sind, dann seid ihr mit dem Beobachten schon fertig. Summa summarum dauert vielleicht 20 bis 30 Sekunden. Ein wichtiger Punkt. Jetzt kommen wir zum Abtasten. Ihr könnt im Stehen abtasten, meisten machen das ja unter der Dusche, da hat man auch so ein bisschen Glitsche vom Shampoo oder von der Seife, kann man auch machen. Ihr könnt das Ganze auch im Sitzen machen, so wie ich das jetzt mache. Es empfiehlt sich tatsächlich, das auch im Liegen zu machen, weil die Brust schwimmt dann quasi auf den Brustmuskeln. Ihr habt jetzt natürlich hier einen Zug an euren Brustmuskeln, ihr habt einen Zug an euren Schlüsselbeinen von der Brust, das heißt hier oben dieser Bereich ist natürlich ein bisschen straffer, als er im liegenden Zustand ist. Und damit man die maximale Weichheit vom Gewebe hat, empfiehlt es sich tatsächlich, das auch im Liegen zu wiederholen oder aber im Liegen direkt zu machen, weil man eben wirklich dann eine sehr, sehr weiche Brust hat. Jetzt geht es ans Eingemachte, ich muss hier nochmal ein bisschen meine Brüste gerade zupfeln. Wie taste ich jetzt diese Brust richtig ab? Es gibt nämlich verschiedene Techniken und das verunsichert natürlich immer, weil wenn man sich belesen möchte und man liest jetzt irgendwie fünf verschiedene Dinge, dann weiß man ja gar nicht mehr, was jetzt die richtige Variante ist. Denn es gibt auch kein super richtig oder super falsch. Das Wichtigste ist, und das müsst ihr euch wirklich hinter die Löffel schreiben, würde meine Oma sagen, dass ihr System darin habt. Ihr könnt diese Brust quasi wie ein Ziffernblatt einer Uhr einteilen in so vier Quadranten. Und diese vier Quadranten müsst ihr systematisch erfassen. Ob das mit der Technik ist, wie dieses Schneckenhaus, dass man quasi von der Innenseite der Brustwarze immer weiter nach außen abtastet, bis man ganz oben angelangt ist. Oder diese Rasenmäher-Technik, dass man hier quasi seine Spuren zieht und immer ein Stück weit versetzt und damit diese ganze Brust erfasst. Oder ob ihr von außen immer zur Brustwarze alles abtastet und einmal wirklich wie so eine Ziffernuhr einmal alles abgeht, ist im Prinzip egal. Hauptsache ihr erwischt komplett das ganze Gewebe der Brust. Ihr müsst mal schauen, mit was ihr eigentlich am besten klarkommt. Ihr könnt das auch kombinieren, dass ihr erst diese kreisenden Bewegungen macht und dann quasi nochmal dieses meanderförmige Ziffernblatt benutzt. Im Prinzip, wenn ihr das gut könnt und irgendwann da wirklich ein Gefühl für habt, reicht eine Technik. Lasst euch da nicht Kirre machen von ganz vielen verschiedenen Techniken und das und dies ist die Beste. Wichtig ist, standardisiert immer dasselbe und immer mit System. Man tastet immer mit der gegenüberliegenden Hand die gegenüberliegende Brust. Das macht auch irgendwie Sinn und so kommt man einfach sehr schlecht dran. In meinem Fall nehme ich jetzt gleich meine linke Brust. Man kann, wenn man zum Beispiel auch eine große Oberweite hat, mit der Gegenhand quasi dieses Widerlager bilden. Das macht auch Sinn, weil die Brust manchmal sehr prall ist und sehr schwer ist, dass man sich hier etwas festhält. Oder auch im Liegen kann diese Brust natürlich ein Stück weit wegschwimmen, sodass man überhaupt nicht gut da an die Seite drankommt. Guckt mal, ob ihr es ohne Widerlager schafft, weil so presst man sich natürlich das Gewebe ein Stück weit entgegen. Das heißt, man hat auf einmal statt 3 cm Brusttiefe auf einmal 5 geschaffen hier unten und muss entsprechend auch tiefer tasten. Im besten Falle braucht man da gar kein Widerlager. Manchmal tastet es sich dann aber besser. Müsst ihr auch ein Stück weit probieren. Nun nutzt man eigentlich diese drei Finger. Das sind auch die drei Finger, die hier einfach gut auflegen. Im Prinzip könnt ihr auch zwei Finger nehmen, aber mit dreien hat man einfach mehr Fläche. Mehr Fläche bedeutet, dass man auch schneller durch ist. Und das ist ja heutzutage gewollt, dass man relativ schnell alles hinter sich hat. Also nutze ich jetzt auch gleich meine drei Finger. Und ich habe mir in der Praxis so angewöhnt, ich nehme diese Variante wie diese Ziffernblattuhr. Und das werde ich euch jetzt zeigen. Aber ich habe euch auch eben erklärt, ihr könnt alles mal durchprobieren, was euch am besten taugt. So, jetzt geht es langsam los. Ganz wichtiger Punkt vorweg ist zu wissen, Brustkrebs und auch andere gutartige Knötchen, denn zu über 85 Prozent, wenn man ein Knötchen tastet, ist das gutartig. Das Ganze könnte entweder oberflächlich stattfinden, das Ganze, in der Mitte oder in ganz tiefen Schichtlagen. Das heißt, auch beim Abtasten geht man so vor, dass man diese drei Finger nutzt, ganz kleine kreisende Bewegungen macht und erstmal oberflächlich tastet. Danach, wenn alles gut ist, ein bisschen in die Tiefe geht und ganz zum Schluss wirklich sehr in die Tiefe geht, dass man das Gefühl hat, man rutscht schon auf seinen Brustmuskel hin und her. Das ist vielleicht am Anfang ein bisschen unangenehm, aber ihr werdet merken, das tut jetzt nicht Hölle weh und es ist ganz wichtig, auch die tieferen Schichten zu erwischen, gerade bei einer großen Brust. Und wenn ihr dann diesen Bereich mit der oberflächlichen, mittleren und tiefen Schicht abgetastet habt, dann geht ihr einfach so einen kleinen versetzten Finger nach unten. Ihr habt, wie ihr seht, immer so Überlappungen. Das heißt, mein Mittelfinger ist eigentlich das Zentrum vom Abtasten jetzt gerade und wenn ich mit dem Mittelfinger so einen knappen zwei Zentimeter runtergehe, habe ich trotzdem meinen Zeigefinger immer noch in der Region vorher, sodass mir da eigentlich nichts durch die Lappen gehen kann. Und auch hier taste ich wieder in kleinen kreisenden Bewegungen. Ich halte jetzt nur mal meine Brust hier fest, weil die so wackelt, weil die nicht festgewachsen ist. Und dann gehe ich oberflächlich, bisschen tiefer, ganz tief. Und dann gehe ich wieder ein bisschen runter, oberflächlich, mittlere Schicht, ganz tiefe Schicht. Und je mehr man natürlich zur Brustwarze kommt, desto tiefer muss man auch gehen. Okay, oberflächlich, mittlere Schicht, ganz tiefe Schicht. Das macht ihr jetzt tatsächlich einmal rund um die Brust. Das klingt jetzt nach viel Zeit, ist es vielleicht beim ersten Mal, vielleicht auch beim zweiten Mal, aber wenn ihr dann ein Gefühl für die Brust habt, werdet ihr darin schneller, weil ihr auch diese Überlappungen habt. Das heißt, wenn ihr bei eurer Gynäkologin seid und die tastet da relativ schnell ab, ist das, weil die einfach sehr erfahren ist und da Veränderungen auch relativ schnell und gut tasten kann. Es gibt auch Gynäkologen, die streichen das so aus. Auch das geht, weil man hier natürlich dann verschiedene Gewebeschichten erwischt. Das ist aber wirklich etwas für erfahrenere UntersucherInnen. Das Pendant habe ich erwähnt. Man kann natürlich hier am Brustwarzenhof anfangen und dann dasselbe machen, auch mit den verschiedenen Schichtungen. Einmal im Kreis, wie so ein Schneckenhaus und einmal komplett die ganze Brust. Vergesst nicht diesen oberen Bereich. Eure Brust hängt quasi am Brustmuskel hier an eurem Schlüsselbein oben fest. Also diesen Bereich unter dem Schlüsselbein direkt auch abtasten. Auch da sitzen zum Beispiel Lymphknoten und hier ist auch Brustdrüsengewebe, was hier anfängt. Außerdem, wenn ihr die obere Begrenzung jetzt kennengelernt habt, die innere Begrenzung nicht vergessen. Hier am Brustbein setzt der Brustmuskel an und eben auch die Brustdrüsenkörper. Hier unten in der Umschlagfalte, das ist auch noch Brustdrüsengewebe und hier außen natürlich auch. Also wirklich komplett die gesamte Brust abtasten. Statistisch am häufigsten entsteht Brustkrebs oben außen. Also in diesen Bereichen, da ist das meiste Brustdrüsengewebe und deswegen entsteht da auch statistisch gehäuft dieser Brustkrebs. Aber es ist eben auch keine Garantie, dass nur hier der Brustkrebs entsteht. Deswegen wirklich alles systematisch abtasten. Wichtiger Punkt nach diesem Abtasten. Vergesst eure Brustwarzen nicht. Das Bitüpfelchen im wahrsten Sinne des Wortes. Auch hier kann man am Brustwarzenhof einfach in der Tiefe einmal rund um die Brustwarze tasten und man kann sogar die Brustwarze zwischen Zeigefinger und Daumen nehmen und ein bisschen mit leichtem Druck gucken, kommt da blutiges Sekret raus. Wenn man jetzt stillkommt, kommt natürlich da Milch raus, deswegen da nicht zu forciert. Einfach mit leichtem Druck gucken, kommt da eine Sekretion aus der Brustwarze. Muss nicht gleich was Schlimmes sein, aber das ist auch ein Zeichen dafür, dass da vielleicht ein Prozess stattfindet. So, das Ganze macht ihr natürlich dann auch systematisch für die andere Brust. Dann kommen wir zu den Lymphknoten. Wir haben in der Achselhöhle und ich habe es eben erwähnt, unter und über den Schlüsselbein relativ viele Lymphknotenstationen. Brustkrebs streut am ehesten in diese Lymphknoten unter der Achselhöhle. Und jeder kann sich hier reingreifen und hat hier etwas in der Hand. Das ist der Brustmuskel. Und unter diesem Brustmuskel, da sitzen Lymphknoten und natürlich auch in der Achselhöhle. Und auch hier im Liegen, wenn ihr so ein bisschen auf die Seite geht, könnt ihr da gut einmal mit kreisenden Bewegungen auch tasten. Verspürt ihr da irgendwelche Veränderungen, Knüppelchen oder auch sogar schmerzhafte kleine Lymphknoten. Heutzutage rasieren sich viele Frauen. Bei der Rasur kommen viele Bakterien in so eine Achselhöhle rein. Deswegen sind Lymphknoten in der Achselhöhle relativ häufig ein bisschen verdickt. Aber das ist meistens auch gar nichts Schlimmes. Und danach gehen wir noch einmal diese Schlüsselbeine hier ab. Einmal von innen nach außen oder von außen nach innen, wie ihr mögt. Geht oben nochmal lang und tastet, ob da irgendwelche Lymphknotenpakete sind, die irgendwo verdickt sind. Einmal im Monat. Selbst wenn es mal 10, 15, sogar 20 Minuten dauert, das sollte euch die eigene Gesundheit wert sein. Ich ziehe jetzt mal die Brüste aus, weil ich fange schon wieder hier an zu schwitzen hier drunter. Also wirklich Respekt an alle Frauen. Das ist nicht unanstrengend. Dann möchte ich noch ein Wort zu sagen, was ist, wenn ich jetzt was getastet habe. Da gilt die Devise, denkt an die 85 Prozent, muss nicht gleich was Schlimmes sein. Es kann eine Zyste sein. Es kann etwas Gutartiges sein. Es kann einfach ein Gewebeknoten sein. Es kann ein Lymphknoten sein, die auch in der Brustdrüse tatsächlich vorhanden sein können. Wenn ihr ganz unsicher seid, dürft ihr natürlich eure Gynäkologin informieren und sagen, ich würde gerne mal Gegentasten oder sogar Brustultraschall machen lassen, weil ich bin mir da unsicher, ich taste da was. Das ist absolut eine Empfehlung. Wenn ihr ein bisschen entspannter seid, könnt ihr natürlich auch mal zwei, drei Wochen ins Land streichen lassen, ob dieser Knoten oder dieser Knubbel auch wieder weggeht, ob er bleibt, größer wird. In zwei, drei Wochen passiert, was den Brustkrebs angeht, wahrscheinlich nicht sehr, sehr viel, so dass ihr da auch keine Zeit verliert, wenn ihr da entspannt seid. Aber wenn das Sicherheitsbedürfnis sehr groß ist, einmal zum Hörer gegriffen oder heutzutage Online-Termin gemacht und einfach mal nachschauen lassen. In der Kürze, so, das war es in der Kürze mit diesem Brustuntersuchungskurs, so kann man es ja fast nennen, durch einen Mann. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Wie gesagt, wichtig ist das Timing. Einmal pro Monat Handywecker stellen, fertig, aus. Zweiter wichtiger Punkt ist einfach, dieses System zu haben. Welches System ihr möchtet, probiert es aus, ob die Schnecke, der Rasenmäher oder das Ziffernblatt, das könnt ihr euch aussuchen. Ihr könnt das Ganze auch kombinieren, wenn ihr irgendwann relativ schnell seid. Und als dritten und letzten Punkt, schaut definitiv mal auf den sozialen Kanälen bei mir vorbei. Gerade auf Instagram habe ich eine Themenwoche Brustkrebs gemacht, mit einem Highlight erstellt, wo ganz viele Fragen beantwortet wurden, auch zum Thema Brustultraschall, Mammographie, Brustkrebs, wie geht man vor, etc. Also, da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Ich wünsche euch auf jeden Fall frohes Abtasten. Tastet euch mal richtig ran und bis zum nächsten Mal. Tschüss.